Ja, ich will. Der Satz hat ja seit Mai ungefähr eigentlich Hochkonjunktur, denn der Sommer ist Hochzeit für Hochzeiten. Kein Wunder, da passt das Wetter in der Regel, die Sonne scheint, man kann draußen feiern und noch schöner, noch unvergesslicher, noch emotionaler kann man eine Hochzeit machen mit Gesang. Hochzeitssänger und Sängerinnen sind für viele das Tüpfelchen auf dem I. Und wir haben so ein Tüpfelchen heute hier und so klingt das Tüpfelchen, wenn man es lässt. Goldfinger Beggens you to enter his ramp of sin This heinest cold Oh, happy day Oh, happy day When Jesus won When my Jesus won Amazing grace How sweet the sound Oh, baby love Early in the morning You got the crib in my mind Oh, baby love Ja, Sabine Heil haben wir da jetzt gerade gehört. Sängerin, Entertainerin mit eigenem Bühnenprogramm und eben auch Hochzeitssängerin. Und jetzt ist sie hier bei mir im Studio. Schön, dass sie da sind. Danke, hallo. Muss man in der Kirche oder im Standesamt ein bisschen zurückschrauben, wenn man dann als Hochzeitssängerin unterwegs ist. Genau. Schon eher ein bisschen so die ruhigeren Sachen fragt. Aber, ja. Sie sind ja unterwegs auf der Bühne. Sängerin, haben eigenes Bühnenprogramm. Wie wird man denn dann Hochzeitssängerin? Aus eigener Entscheidung. Ja. Man hat als Sängerin natürlich, wenn man gesehen wird auf der Bühne, dann auch schon mal eine Anfrage. Singst du auch auf Hochzeiten? Und dann sage ich natürlich, klar, weil ich mache das total gern und habe dann auch im Laufe der Jahre gemerkt, dass mir das unheimlich Spaß macht. Es ist einfach immer so positiv und alle sind glücklich. Das ist schön. Und was wünschen sich die Paare so für Musiken? Ist ganz unterschiedlich, aber es gibt natürlich Klassiker. Also Ave Maria, ganz klar, vor allem natürlich in katholischen Kirchen. Dann Oh Happy Day zum Auszug, auch ganz klassisch und am meisten gewünscht. Und als deutsches Lied wird am meisten gewünscht das Beste von Silbermund. Aber auch Halleluja. Fast jede Woche muss ich das singen. Können wir noch mal ganz kurz ein Stück hören? Ja, natürlich. Uneingesungen, unvorbereitet. Ganz spontan. I heard there was a secret chord that David played and that pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well it goes like this. The fourth, the fifth, the minor four and the major lead. Wunderschön, wunderschön. Haben Sie die Lieder, wenn die gewünscht werden, eigentlich alle drauf oder sind da auch mal seltene dabei, die Sie nicht kennen? Viele habe ich drauf. Aber es gibt natürlich Sonderwünsche von den Brautpaaren, die so ihr besonderes Lied oder was sie eben besonders anspricht oder was sie mal auf einer Hochzeitsfeier oder Trauung gehört haben. Und dann erfülle ich das natürlich, wenn es möglich ist, sehr gerne. Und bis jetzt hat es auch eigentlich immer geklappt. Und sind sich die Paare da noch immer einig oder hatten sie dann auch schon mal welche, da möchte sie das und er das und dann kann man sich nicht einigen? Meistens entscheiden das die Bräute. Meistens sind es, genau, sind es die Frauen, die Bräute, die das alles organisieren und aussuchen und die setzen sich auch meistens durch. Ich weiß von einem Brautpaar, da wollte der Bräutigam ein besonderes Lied jetzt nicht haben zum Einzug und dann haben die sich aber trotzdem geeinigt. Also die haben auch Zeit genug, wenn sie anfragen, wenn es nicht besonders kurzfristig kommt, die Anfrage sich zu entscheiden, bis, ich sage immer so, bis drei Wochen vor der Hochzeit und dann sollte die endgültige Liedauswahl auch feststehen. Wie viele Lieder singen Sie dann so ungefähr? Gewöhnlich sind es für eine Trauung drei bis vier Lieder, aber gerade bei freien Trauungen, die gibt es ja auch immer häufiger, sind es meistens mehr. Ja, also fünf Titel sind da auch nicht ungewöhnlich, weil es gibt dann ja auch keine Lieder von der Gemeinde und dann muss die Zeremonie ja gefüllt werden. Und haben Sie schon mal was Ungewöhnliches erlebt bei einer Trauung? Oh ja, genau, ich hatte vor drei Wochen eine sehr, sehr schöne Hochzeit, die wurde in Gebärdensprache abgehalten. Also das Brautpaar, die waren beide Taubstummen und auch der Pfarrer, der hielt dann die Zeremonie eben in Gebärdensprache ab. Und wurde dann der Text von Ihrem Lied auch übersetzt? Naja, er hat es versucht. Das Brautpaar hat sich aber, also eigentlich war ich eine Überraschung vom Bräutigam an die Braut, die wusste von gar nichts, war natürlich ganz, ganz glücklich für dieses Geschenk. Das waren alles englische Lieder und der Pfarrer konnte kein Englisch. Sonst hätte er dann auch meine Lieder beim Singen von den Lippen abgelesen, beziehungsweise ja dann eben als Gebärdensprache übersetzt. Aber ich denke, sie konnten trotzdem hören, verstehen. Es war auch wichtig, dass ich vorne neben dem Altar stand, damit sie mir eben von den Lippen ablesen können. Das sagt Sabine Heil, Musikerin, Sängerin, unter anderem Hochzeitssängerin und weil das wirklich ein schönes Thema ist, reden wir gleich weiter hier in Domradio der Sonntag.